Ja, das ist ein schöner Landloch, ne? Da schmeckt das Essen besonders. Das ist ja jedes Jahr, macht er da die Preise. Immer wenn wir festmachen, dann macht er entweder Gülle, Mist oder Silage. Was ist denn das geplant, aber da gibt es ja nur einen von den neuen Spinnen. Sure.